Wenn ihr den Titel erkennen konntet, ich bin jetzt auf Dings, ja natürlich werde ich dann direkt im Chaos angestutzt, ich bin jetzt auf Kyudo, Platz 1, das ist ja einfach gerade selber Vergiftung gegeben, Props an dich, mate. Ich bin auf Kyudo jetzt, nochmal meine Langsamkeit, ich bin auf Kyudo, bin ich in Ko jetzt Platz 1, das werde ich euch gleich zeigen, aber es hat mich eine Nacht lang, habe ich mich richtig in Kyudo geschwitzt. Ja, da hat er gut gemacht. Ich werde morgen höchstwahrscheinlich nochmal ein Video bringen, was einfach sehr cool ist, finde ich. Also checkt auf jeden Fall morgen das Video, je nachdem wann das Video hier kommt, geht eigentlich nicht auseinander. Nur Langsamkeit, ja 5 Sekunden, aber gleich ist es wieder vorbei. Soll ich dem Typ wieder Vergiftung geben? Also Langsamkeit hält ja voll lang, okay dann trinke ich jetzt schon mal Schnelligkeit. Dem Typ gebe ich Vergiftung. Viel Spaß mit deiner Vergiftung. Falls ihr euch fragt, warum ich mit so einem niedrigen FOW spiele, einfach darum, weil man dann in Kohi besser aimen kann. Und ich habe gerade, alles klar, das war echt gut gemacht von ihm. Oh ja, jetzt habe ich hier das Speedmatch und ich habe gerade noch ein paar Titelmod drin. Falls welche Fragen, mit welchen Mods ich spiele, ich spiele mit den Mods von Unwreck. Ey, gerade war es scheiße und jetzt auf einmal nimmt es mich auseinander. Egal. Ich wollte halt einfach nur kurz ansprechen, dass ich jetzt auf Kyudo Platz 1 bin und dann noch sagen wollte, dass ich jetzt, wie gesagt, eine neue Grafikkarte zu Weihnachten bekommen habe. Obwohl wir nicht mal Weihnachten haben. Aber ist jetzt auch egal, das werde ich in einem anderen Video wahrscheinlich ansprechen. Und kann er mal sterben, bitte? Na ja. Also gerade zocke ich sehr oft auf Kyudo. Ähm, Kyudo, das glaube ich eigentlich. Auf Faison, weil Faison ist einfach ein leiler Server. Ich meine, das Anti-Cheat ist gut. Also da werden Hacker meistens direkt weggebannt. Vorhin hatte ich einen Hacker, also ich war Platz 2. Mir fehlten noch 6 Elos, Platz 1 und da war da ein Hacker. Der ist jetzt einfach gelieft, aber egal, da war da ein Hacker. Und ich habe halt 25 Elos verloren. Das ist aber egal. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz, dass... Ah, Practice wurde geschlossen. Egal. Ich bin auf jeden Fall Platz 1 in Kohi. Ich weiß nicht, warum Practice jetzt geschlossen wurde. Ist jetzt aber auch egal. Ähm, wir sehen uns im nächsten Video. Checkt auf jeden Fall das Video, was morgen kommt. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss.